Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz kurzen Video von mir, aber zu einem richtig schön langem Video vom Action for Free. Der hat vor einem halben Jahr sich nämlich ein E-Auto gekauft und zwar eines der allerersten Generationen, einen Renault mit Nickel-Cadmium-Akkus. Natürlich waren die Akkus komplett im Arsch gewesen und mir hat es richtig Spaß gemacht, seine Odyssee anzuschauen, wie er dann praktisch es hinbekommen hat, dass das so halbwegs wieder funktioniert. Das möchte ich mal mit euch teilen. Ich habe seine ganzen Videos mal in eine Playlist getan. Ihr könnt dann einfach durchlaufen lassen, Adblocker anschalten und los geht's. Und dann könnt ihr in Libby in Action for Free beobachten, was er da alles gemacht hat. Er hat schon gedacht, dass er es mit EMF wahrscheinlich richten muss, die Akkus, aber dass die Verteilerplatine oder die Steuerplatine noch kaputt war. Dass diese Nickel-Cadmium-Akkus mit Kühlflüssigkeit gekühlt werden, was dann auch nicht richtig funktioniert hat. Dass die Kühlflüssigkeit andauernd Kurzschlüsse gemacht hat. Das hat er alles nicht so vorher gewusst, aber er hat sich da richtig prima durchgekämpft und in einer richtig schönen, lustigen Art und Weise das alles geteilt mit uns. Und das möchte ich euch jetzt mal ans Herz legen, wenn ihr Bock habt, da ein bisschen zu sehen, wie man defekte Akkus vom Elektroauto wieder hinbekommt. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und bis bald!